Im Zuge des ersten Lockdowns in Deutschland haben 650.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. In 2008, in der größten Finanzkrise, die wir bisher so kannten, waren es 23.000 Unternehmen. Das heißt, wir sprechen hier von der fast 30-fache Anzahl an Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Grüß dich und herzlich willkommen zum nächsten Cashflow-Tipp, der da heißt Geld verdienen im Lockdown. Ich denke, wir haben alle sehr herausfordernde Zeiten mit sehr vielen Menschen, wo ich draußen spreche, die auch im Einzelhandel tätig sind, in der Gastronomie, Barbesitzer, Diskothekenbesitzer, aber auch normale Menschen, die irgendwo in Unternehmen arbeiten, stellt sich die Frage, wie kann ich heute in einem Lockdown Geld verdienen? Und ich denke, das Video ist präsenter denn je, weil wir steuern ja ganz, ganz aktuell auf eventuell auf einen zweiten Lockdown zu, auf Beschränkungen, auf Sperrstunden, auf Situationen, wo wir gedacht haben, hey, das wurde jetzt einmal durchgesetzt, aber ein zweites Mal oder ein drittes Mal sollte das normalerweise nicht passieren. Und während dem ersten Lockdown, ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben am 8.3., also knapp zwei Wochen vor dem ersten Lockdown in Deutschland, haben wir noch eine Cashflow Academy durchgeführt, unser Tagesseminar, unser bekanntes in Baden-Baden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, stellt euch mal vor, wir kommen in eine Situation wie andere Länder, ja, dass so ein Lockdown passiert. Stellt euch vor, der Arbeitgeber setzt euch in Kurzarbeit. Und auch die Zahl ist wichtig zu wissen. Im Zuge des ersten Lockdowns in Deutschland haben 650.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. In 2008, in der größten Finanzkrise, die wir bisher so kannten, waren es 23.000 Unternehmen. Das heißt, wir sprechen hier von der fast 30-fache Anzahl an Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn man von heute auf morgen nicht mehr im Betrieb arbeitet, sondern von zu Hause aus im Homeoffice oder man hat gar keinen Job oder gar keine Aktivität momentan, weil er alles zu hatte, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und vielen Menschen hat es einfach die Füße unter den Boden weggezogen, die sich dann die Frage gestellt haben, okay, werde ich eventuell arbeitslos? Bekomme ich demnächst gekündigt? In der Kurzarbeit, ich verdiene nur noch 60 oder respektive 67 Prozent meines letzten Einkommens. Ja, das reicht oftmals gar nicht, um die Miete zu zahlen. Die Mieter wurden geschützt, dass man gesagt hat, ab 1. April bis zum Juli, wenn man keine Miete bezahlt, kann man zumindest mal nicht gekündigt werden. Und das sind alles sehr, sehr unschöne Situationen. Nichtsdestotrotz, auch die Zahlen, die ihr wissen müsst, die Top Ten der Forbes-Liste, der reichsten Menschen der Welt, haben allein während dem Lockdown ihr Vermögen um insgesamt 800 Milliarden gesteigert. 800 Milliarden. Das bedeutet, wenn in so einer Phase sowieso immer mehr Geld in den Markt reinkommt, dann ist auch mehr Geld da. Erstmal klar von den Banken etc. pp., das ist logisch. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genug Geld, was neu verteilt wird. Und die Frage ist, wie hast du dich positioniert, dass du dir ein Kuchenstück davon abschneiden kannst? Weil unsere Aufgabe ist, auch in schwierigen Situationen Fähigkeiten zu entwickeln, um damit Geld zu verdienen. Die Nummer 1 der wichtigsten Fähigkeiten, wie ich im Lockdown Geld verdienen kann, ist, ich kann verkaufen. Ich kann verkaufen. Weil was funktioniert auf jeden Fall immer? Die sozialen Medien funktionieren, die ganzen Werbekampagnen, Chats, Zoom-Calls und das Telefon. Das funktioniert alles. Es gab einen riesen digitalen Wandel. Manche wurden aus der Not heraus in diese Digitalisierung reingeschoben, haben sich vorher damit nie beschäftigt und haben gesagt, ich bin eher der Offline-Typ. Aber wichtig ist heutzutage, dieses Thema der Digitalisierung zu beherrschen. Das heißt, erste Grundfähigkeit, die ich brauche, ist, ich muss gut verkaufen können. Weil einer, der heute verkaufen kann, kann von überall auf der Welt jedem überall seine Dienstleistung, sein Coaching oder ein Produkt, was über Dropshipping, Amazon FBA oder durch eine andere Firma abgewickelt wird, entsprechend kann er verkaufen. Also das ist grundsätzlich sowieso die wichtigste Fähigkeit. Aber in dem Moment, wo wer einen zweiten Lockdown hat, ist es wichtig, dass du verkaufen kannst. Das Zweite, du solltest Fähigkeiten aufbauen im Bereich Videos, im Bereich Digitalisierung. Automatisierte digitale Prozesse. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil, wenn du Systeme aufsetzt, dass Menschen 24 Stunden rund um die Uhr dein Angebot, deine Beratung, deine Dienstleistung in irgendeiner Form schon mal anschauen können, per Video, ein Sales Funnel oder entsprechend über automatisierte Webinare, dann ist es eine der wichtigsten zweiten Fähigkeiten, damit du auch, ja, sagen wir mal, ohne Offline draußen unterwegs zu sein, was verkaufen kannst. Das Dritte ist natürlich immer, dass du dich auch so positionierst, dass du von dem Offline-Geschäft gar nicht abhängig bist. Jetzt nehmen wir einen Gastronom oder jemand aus der Gastronomie und der ist es gewohnt, dass Menschen in sein Restaurant kommen. Wenn das Restaurant zu hat, dann kommt niemand. Das heißt, er kann kein Geld verdienen. Er hat nur die Möglichkeit, Offline-Geld zu verdienen. Also, jetzt ist die Frage, wie kann er jetzt ein weiteres Angebot oder durch sein Wissen, durch seine Infrastruktur, wie hat er die Möglichkeit, digitale Angebote zu erstellen? Coachings, ja, für andere Dienstleister und, und, und so weiter. Deswegen ist dieses Coaching-Business auch so groß geworden. Deswegen sind diese ganzen Zoom-Calls, ja, allein die Zoom-Aktie ist innerhalb von einem Jahr um 7.500 Prozent gestiegen. Und das ist einfach wichtig, ja, also wer heute diese Digitalisierung nicht nutzt, kein Angebot platzieren kann, wo er von überall auf der Welt arbeiten kann, der wird in der Zukunft einfach ein gravierendes Problem haben. Die vierte Möglichkeit ist es, zu schauen, wo kann ich natürlich investieren, in welche Projekte kann ich investieren, damit ich dort ein passives Einkommen bekomme. Und dann natürlich auch, welche Firmen, welche Unternehmen profitieren durch den Lockdown. Und es sind natürlich verschiedene Branchen, die florieren und dadurch boomen. Das sind einmal alle Dienstleister in der Digitalisierungsbranche, das heißt E-Mail-Marketing-Dienstleister, Abwickler für digitale Produkte, Plattformen, wo man halt Tickets verkaufen kann, für Coaching-Produkte. Das sind die ganzen Plattformen für Video-Streaming, ja, Twitch, YouTube, wie die alle heißen. Das sind Themen wie Online-Shopping, das heißt Kleidung, alles, was gekauft werden kann oder Dienstleister wie Amazon. Ich meine, Amazon wird durch den Lockdown auf jeden Fall weiter profitieren. Es wird DAL-Firmen, die Pakete versenden, die werden profitieren, weil die Anzahl der Dinge, die versendet werden müssen in einem Lockdown, werden ja einfach mehr Umsatz machen. Das ist ganz, ganz normal. Also ist es wichtig, darauf zu schauen, wie verändert sich die Welt in einem Lockdown, wo gibt es eine extrem große Nachfrage und wie kann ich mich jetzt daran beteiligen, wenn ich entsprechend Cash-Kapital habe. Wenn es ums Geldverdienen geht, dann ist natürlich wichtig, wie kann ich mich positionieren und unabhängig machen von einem Offline-Geschäft. Ja, wenn du nur offline unterwegs bist, nur abhängig bist von einer Industrie, die nur dann funktioniert, wenn wir solche Situationen nicht haben, dann wird sowohl das Unternehmen, wo du tätig bist, früher oder später den Bach runtergehen, Insolvenz anmelden und du bist eventuell arbeitslos. Wenn du selbstständiger bist oder Unternehmer und hast dich nur auf den Offline-Markt fokussiert, dann wirst du auch komplett scheitern. Du wirst so viel finanzielle Schwierigkeiten bekommen, ja, das wünsche ich niemandem, wirklich niemandem. Deswegen, ich triggere heute nur das Thema an. Ich bin morgen in der Cashflow-Coaching-Community in meiner Facebook-Gruppe zu dem Thema Online über eine Stunde High-Class-Content. Deswegen komm gerne in die Gruppe rein. Wenn dir der Cashflow-Tipp mal ganz kurz zum Triggern gefallen hat, lass gerne ein Like da, kommentiere mal. Wie abhängig bist du aktuell vom Offline-Geschäft? Wie möchtest du dich zukünftig digitalisieren? Welche Fähigkeiten willst du aus dem Lockdown mitnehmen? Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke, dass du über jeden nächsten Cashflow-Tipp informiert wirst, auch über verschiedene Statements. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Cashflow-Tipp wiedersehen. Ganz liebe Grüße, viel Erfolg. Dein Tobias Retthaber, Cashflow-Experte Nummer 1.